Herzlich Willkommen, viel Spaß heute bei der Teampräsentation, wo ich mein Team, meinen Rennfahrer vorstellen möchte. Wir sind hier, weil wir uns vorstellen wollen, weil wir unsere Ziele vorstellen wollen, unsere neuen Fahrer, unser neues Rad, unser neues Material. Das ist genial. Die Veranstaltung hier im Autohaus Liebsch gefällt mir sehr gut vom Rahmen her. Es ist ein sehr lockerer Rahmen, es ist eine angenehme Atmosphäre mit den Sportlern zusammenzukommen, mit den Funktionären zusammenzukommen, mit anderen Sponsoren zusammenzukommen. Besonders freue ich mich nachher, dass wir eine kleine Schulung bekommen von Paul Lange bzw. von Shimano zur neuen L-fach-Gruppe. Letztes Jahr hatten wir noch die 10-fach-Gruppe, jetzt die L-fach-Gruppe, also einen Gang mehr bzw. zwei Gänge mehr. Wir freuen uns auch sehr, dass heute viele Nachwuchsvereine den Weg für die Präsentation gefunden haben. Es ist für uns besonders wichtig, dass der Nachwuchs in Brandenburg nachwächst und nachkommt und uns stärkt. Das ist auch eine Situation, auf die wir sehr stolz sind. Seit Bestehen des LKT-Teams konnten wir immer einen Nachwuchs mit verpflichten in das Team. Das zeigt auch die sehr gute Arbeit der Nachwuchsvereine und dafür schon jetzt mal vorab ein. Herzlichen Dankeschön. Wir haben unsere Zusammenarbeit heute mit der Unterschrift der neuen Sponsoring-Vereinbarung um ein weiteres Jahr verlängert. Sparpasser ist wieder mit an Bord, jetzt in das Offiziere. An dem Interstart Nummer 12, er hat hier in Berlin schon dreimal das Sechsagel-Gruppe gewinnen können. Genau vor 10 Jahren zum ersten Mal 2009 und 2011 war er erfolgreich Olympiasieger in der Mannschaft und der Einzelverfolgung 2007 der Australien, Robert Batko. 2, 2, 1... Am Am Oh, come on, come on, come on!